Hallo meine Lieben, ich dachte mir, heute könnten wir endlich mal wieder ein bisschen Python machen. Und zwar geht es heute um das wundervolle, eigentlich nicht Modul, sondern eher das Datenformat namens Feather. Feather ist ein spezielles Datenformat, wenn ihr große Datensätze habt. Das heißt, wenn ihr sehr effizient das Ganze natürlich auch braucht. Und wenn wir mal an Data Science denken, wenn wir an Cloud denken, dann muss man ja pro Sekunde zahlen. Und wenn ihr CSV-Dateien vor allem benutzt, dann kann das ziemlich teuer werden. Feather kann deutlich schneller sein und wir wollen uns erstmal heute ganz kurz angucken, wie man das Ding benutzt und dann tatsächlich auch mal selber einen Benchmark durchführen im Vergleich zu CSV. Okay, also fangen wir an. Welches Paket brauchen wir? Naja, wir brauchen natürlich erstmal das Terminal und wir können das Ganze hier machen mit pip install feather-format. Und dieses Binnenstrich-format ist tatsächlich wichtig, ansonsten bekommt ihr das falsche Feather. So, und wenn wir uns das jetzt hier, wenn wir das verwenden wollen, dann importieren wir das tatsächlich als Feather. Das heißt, wir müssen hier nicht noch irgendwie Feather-Format oder sowas eingeben. Selbstverständlich brauchen wir, weil wir was mit Data Science machen wollen, NumPy. Und ja, ich weiß, dass ich NumPy benutze. Vielen Dank, ich bleibe hier. Und wir brauchen pandas. Pandas als PD. Ich glaube, ich bin in einer neuen Python-Version, deswegen muss ich kurz pandas nachinstallieren. Nein, scheint, als hätte ich schon mal in dieser Version pandas verwendet. Gut. Okay, dann fangen wir doch tatsächlich mal direkt an und sagen, wir definieren uns ein DataFrame. Ein DataFrame mit pandas.data... Ah, doch nicht. Okay. So, pandas.dataFrame. Wir bauen uns hier rein eigentlich nur ein... Ja, wir können ja ein DataFrame aus sehr vielen verschiedenen Informationen bauen. Lasst uns doch hier direkt einfach mal den Index A nehmen. Beziehungsweise wir können eigentlich auch mit... Ja, lasst uns mit A anfangen, dann wissen wir, was das ist. Und hier drin sagen wir einfach, wir wollen einen zufälligen NumPy-Vektor haben. Das heißt, wir sagen hier NumPy.rand. Und ja, wie groß wollen wir das Ding machen? Ähm, ich würde sagen, wir machen hier das mal außerhalb. Das heißt, sagen wir hier Date, äh, Size. Setzen wir es mal auf... Ähm, setzen wir es mal auf 100.000... Eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Ja, wobei, bleiben wir bei 10 Millionen, dann ist es nicht ganz so riesig. Aber es sollte schon groß sein. So, und das machen wir jetzt selbstverständlich mit dem Komma hinten dran. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, sollte passen. So, dann sind wir hier bei D, C, B und A. So, und jetzt haben wir hier ein DataFrame, das natürlich gewissermaßen auch groß ist. Ja, ich printe uns jetzt einfach mal zu Versuchszwecken dieses wunderschöne DataFrame hier aus. Und dann sehen wir, ja, das ist halt ein 100... Äh, ein 10 Millionen mal 4 großes DataFrame. Das ist ordentlich an Daten. Und mit solchen Daten werdet ihr häufig agieren müssen, wenn ihr irgendwas mit, naja, Data Science eben macht. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir das irgendwie speichern wollen, dann kann das ziemlich groß werden. Und, ähm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das in verschiedene Arten zu speichern. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen es einmal in ein Feather speichern. Also, wir wollen es jetzt erstmal in Feather speichern und dann in Feather lesen. Und anschließend vergleichen wir das mal. Wenn ihr das DataFrame in Feather speichern wollt, dann könnt ihr das konvertieren mit to-feather. Und, ähm, wir nennen das jetzt einfach mal, ähm, large. Large.feather. So, also eine große Feder, irgendwie sowas. Okay. Was ihr also macht, ist im Endeffekt, ihr benutzt Feather gar nicht selbst, ja. Ihr benutzt es eigentlich nur intern bei Pandas. Das benutzt dann Feather. Aber ihr könnt Feather auch stattdessen benutzen, indem ihr hier was macht wie Feather.writeDataFrame. Und dann könnt ihr hier euer DataFrame reinstecken und, äh, dann eure, euer large.feather reinstecken. Das geht genauso. Äh, large.feather. Das wäre genau dasselbe. Ähm, beides produziert die Datei large.feather als Feather-Datei. Und, ähm, naja, nimmt als Datendings das DataFrame. Aber ich finde diese Schreibweise hier deutlich angenehmer und vor allem ist es in Pandas drin. Also muss man sich da nicht wirklich Gedanken drum machen. So, und, ähm, ja, wenn wir das jetzt mal ausführen, dann werden wir gleich sehen, wie lange das dauert ungefähr. Und da ist die Datei auch schon. Irgendwo müsste die Datei sein. Wenn ich sie entfinde, ich hätte sie mal wieder zu meinen Dateien stecken sollen, ne? So, hier ist sie. Also 300 Megabyte, 312, irgendwas Megabyte oder 305 Megabyte auf der Disc, weil man es natürlich umrechnen muss. Hier ist ein Kilobyte. Ähm, ja, das ist jetzt nicht besonders viel. Ich werde jetzt das Ganze mal kurz anpassen und es in den richtigen Ordner stecken, damit wir die Dateien hier auch unter files. Slash large.feather drin haben. Okay, so. Lesen können wir das Ganze wieder über DataFrame ist gleich, oder DataFrame 2, weil ich es ja neu einlesen möchte. pandas.read-feather. Und hier rein kann ich das Ganze dann am Ende auch einlesen. Jetzt muss ich hier natürlich wieder meine Datei einlesen können. Und, ähm, ja, damit kann ich das lesen. Alles in allem also gar nicht so kompliziert. Und deswegen lasst uns hier mal ganz kurz einen kleinen Benchmark durchführen. Und zwar, ähm, ich möchte jetzt hier diesen, ähm, ja, diesen Wulst mehrfach ausführen und natürlich messen, ob DataFrame 2.feather oder DataFrame.to.csv besser ist. Das heißt, wir sagen hier file-slash-large.csv. So, ähm, dazu habe ich jetzt mal ganz kurz timeit importiert und habe das hier in Funktionen gepackt. Das habt ihr jetzt einfach mal überspringen können. Ähm, dann, ja, das ist nicht wirklich spannend. Ich mache eine Funktion dafür. Ich mache eine Funktion save to feather, save to csv, read feather und read csv. Oh, und das ist immer noch die read feather. Ich möchte natürlich die read csv haben. So, und was ich hier drin mache ist, im Endeffekt, oder was ich hier unten drunter jetzt mache, ist, ich sage hier start ist gleich timeit.defaulttimer. Und wir starten das Ganze. Und hier drin möchte ich jetzt eigentlich meine save to feather aufrufen. Das heißt save to feather von unserem DataFrame 1, ja, oder einfach DataFrame. Und am Ende habe ich eine Duration, die wird ergänzt, oder besser gesagt plus gleich gerechnet, über, ähm, start, über den Default Timer, timeit Punkt, Default Timer, minus start natürlich. So, das heißt, wir haben quasi die zeitliche Differenz zwischen den beiden Dingern hier auf unsere Duration dazu gerechnet. Ähm, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, wir wollen das mehr als einmal machen und wir wollen das jedes Mal mit neun DataFrames machen, damit wir das einigermaßen gut und gleich verteilt hinbekommen haben. Das heißt, was wir hier oben machen, ist erstmal, wir sagen Duration wird 0 sein und dann sagen wir hier for i in, oder besser gesagt, wir brauchen kein i, for Bodenstrich in Range. Wie oft machen wir das? Naja, lasst es uns tausendmal machen. Ähm, starten wir das Ganze, aber davor bauen wir uns noch unser DataFrame ist gleich, wie habe ich die Funktion genannt? Create DataFrame. So, dann haben wir unser DataFrame. Wir starten den Timer, wir bauen uns das Ganze als Feather und speichern das als solches und dann merken wir uns, wie lange wir gebraucht haben dafür. Jetzt machen wir aber hier Duration Feather draus und hier sagen wir Duration CSV machen wir draus und das ist auch 0. So, so und das hier wird jetzt Duration Feather und hier unten machen wir genau dasselbe nochmal. Wir sagen hier Start ist gleich TimeIt.DefaultTimer SaveToCSV und dann sagen wir hier natürlich Duration CSV ist genau dasselbe. Wir addieren das quasi hier drauf. So, und wenn wir das jetzt hier drin haben, dann haben wir die Zeit gemessen für diesen einen Run bzw. hier draufgerechnet für diesen einen Run für Feather, für diesen einen Run für CSV und am Ende bekommen wir Zeiten raus natürlich für beides. So, das heißt wir machen hier einen Print Duration Feather durch 1000 bzw. lasst es uns hier als Parameter festlegen. Runs ist gleich 1000 durch Runs und hier unten drunter sagen wir, wir bauen uns die Duration CSV durch die Runs. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit hier einfach das Ganze ausführen zu lassen und mal zu gucken, wie lange das dauert. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne noch dasselbe für die beiden anderen Funktionen machen, nämlich nicht SaveToCSV, sondern Load. Wie habe ich sie genannt? Ah, ReadFromCSV bzw. ReadFeather und das war die falsche. Das wollte ich, ReadFeather und ReadCSV und hier brauchen wir natürlich DurationReadCSV und DurationReadFeather. So, und die beiden brauchen wir noch hier oben. Einfach oben drüber kurz definieren als 0 und DurationReadCSV machen wir auch auf 0. So, und damit habe ich jetzt das Ganze insgesamt 1000 Mal gemacht, wobei ich das hier natürlich nicht mache, sondern ich sage hier DataFrame ist gleich und dann sage ich hier DataFrame 2 ist gleich. So, okay und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann bekomme ich hier unten natürlich die jeweilige Laufzeit ausgegeben für unsere Anzahl an Runs bzw. genormt mit der Anzahl an Runs. Der Vorteil ist natürlich, dass ich hier jetzt einen Durchschnitt bekomme. Es kann ja mal sein, dass irgendwas länger dauert, irgendwas braucht kürzer oder sowas, aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe jedes Mal ein anderes Frame, was zufällig generiert wird und damit lasse ich das jetzt mal laufen. So, ich habe das Ganze jetzt mal tatsächlich hier noch mit Stats für den jeweiligen Lauf gemacht, weil es dann doch ein bisschen lange gedauert hat. Ich werde das aber gleich nochmal ein bisschen länger laufen lassen. Das ist jetzt immer genormt über die aktuelle Anzahl an Runs. Das heißt, wir sind jetzt gerade beim ersten Run durch und wir sehen auch hier schon einen gewaltigen Unterschied. 0,2 Sekunden hat das Schreiben von Feather gedauert, 45,6 Sekunden für CSV und das ist genau dieselbe Datei. Also genau dasselbe DataFrame, was ich hier geschrieben habe. Beim Lesen war der Unterschied nicht ganz so signifikant, aber trotzdem 0,3 für das Lesen von Feather, während das Lesen von CSV-Dateien 5,18 Sekunden oder fast 5,2 Sekunden gedauert hat. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied und ja, deswegen, wir lassen das jetzt weiterlaufen, aber ihr seht, wo die Richtung ging. Hier schon der nächste Run fertig. Allerdings, bevor wir das jetzt machen, möchte ich einmal ganz kurz die CSV-Datei euch zeigen. Die kann ich jetzt natürlich hier noch editieren. Ja, das ist ein ganz großer Punkt. Ich kann hier reinschreiben, ich kann Werte ändern, ich kann das jederzeit tun. Bei Feather sieht das Ganze anders aus. Feather ist keine, in dem Sinne, Textdatei, sondern es ist eine sogenannte Arrow-Datei. Und wir sehen hier zwar die Metadaten, aber das ist eine binäre Datei, die ich so nicht lesen kann. Für Feather muss ich also immer hier zum Beispiel ein Pandas DataFrame verwenden, welches dann hier das Ganze einspeichert und für mich eben verfügbar macht. Aber ihr seht, ja, wenn man das vielleicht nicht braucht, dann macht es Sinn. Ich lasse das jetzt weiterlaufen, wie gesagt, aber wir gucken gleich nochmal rein. So, meine Freunde, ich habe das jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Und ja, ein kurzer Benchmark-Vergleich von Feather und CSV. Also, wie gesagt, das ist jetzt hier genormt über eine gewisse Anzahl an Durchläufen. Ihr seht, ich habe einige Durchläufe hier gemacht. Aber wir haben noch nicht die vollen 1000 fertig. Also, es läuft theoretisch immer noch. Und ja, ich habe jetzt hier mal die Werte genommen. Und das wäre Faktor, also Feather schreibt Faktor 198 ungefähr schneller, als wenn wir in CSV schreiben. Also, vor allem beim Schreiben ist das enorm viel. Wenn wir häufig schreiben, ist das natürlich eine Sache. Wir können es, wie gesagt, nicht mehr von Hand bearbeiten, aber trotzdem, das ist schon mal ganz gut. Und gerade auch beim Lesen haben wir Faktor 5,46 und hier haben wir 0,353. Das heißt, auch beim Lesen sind wir ungefähr Faktor 15,5 schneller mit Feather, als wenn wir CSV benutzen. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall mein Argument, warum wir CSV nur noch benutzen sollten, wenn wir wirklich die Daten von Hand editieren wollen. Wenn wir das sowieso in Pandas machen, dann sollten wir definitiv hier aufhören, CSVs zu benutzen und mit Feather eher anfangen. Das war tatsächlich das Schnellste, was ich bisher so verwendet habe. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.